Tipp on the head, wag off the finger! Hallo liebe Freunde und Freundinnen! Zehn Minuten mit dem Teil spazieren gehen, danach geht ja so die Pumpe. Für alle, die abnehmen wollen, das ist wie 30 Minuten Sex. Die Wahlen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass auch jetzt, wo Kevin Spacey nicht mehr unter uns weilt, doch die Lust nach Serien aus dem Trump-Zweiteiler machen würde, aber da habe ich wohl den Geschmack der Linken, wen wundert's, für gute Unterhaltung überschätzt. Für kostenlose gute Unterhaltung. Ein besonders feinfühliger Kulturwissenschaftler kämpflich auf die Idee zu fragen, nach der Toleranz in diesem Land gegenüber der politischen Tranz. Ich selbst kam ganz glimpflich davon. Bei mir war es nur hier unten, Berlin-Mitte, auf einer Bank. Disgusting. Und auf dem Alex im Vorbeigehen. Schäm dich. Schäm dich. Ich kenne eine ganz tolle Frau, aber die hat sich diese Kappe selber Tag sofort ausgeliehen, und ist mit dem Teil los einkaufen gegangen. Sie selbst ist eher dem nahöstlichen Spektrum zuzuordnen. Und da hat doch glatt dann eine beheatschoppte Dame vor ihr auf den Boden gespuckt. Eine andere Frau hat die Hand erhoben, da ging wohl der Partner dazwischen, und im H&M schließlich kam irgendwann die Security. Bitte gehen Sie, verlassen Sie den Laden. Ist Marga der neue Punk. Ist Marga der neue Punk. Wie komme ich eigentlich drauf? Unser Ältester, 13 Jahre alt, siebte Klasse, Gymnasium, kam gestern nach Hause, ja, hast du schon gehört, hier irgendwie Betrug, dem hat ein Klassenkamerad ein Screenshot von diesen 140.000 Stimmen, die da irgendwie der Reihe nach an beiden gingen, gezeigt. Also man muss sich das so vorstellen, Prenzelberg-Gymnasium, Jen dann ist da in Fleisch und Blut übergegangen, und da geht es auch nicht mehr darum, machen wir eine Unisex-Toilette, da geht es eher darum, lassen wir überhaupt noch getrennt geschlechtliche Toiletten bestehen. Der Junge, dessen Vater ist ein SPD-Mann hier in Berlin, und ich muss natürlich gleich denken, er hat mir das sofort vorgestellt, der kommt ja mal runter zum Frühstück mit der Magercap. Ja, tut sich da eine emotionale Lücke auf. Jetzt, wo Donald wahrscheinlich verliert, tut sich da eine emotionale Lücke auf. Vier Jahre lang nur auf ihn geschimpft, dann der protestierende Genie, was macht er? Der setzt sich die Magercap auf. Aber schnell sein, ich konnte das Teil nach ein paar Tagen nicht mehr bestellen. Dann gab es nur noch die 3 Euro Superbillig-Variante. Also, eine Jugend stricken lernen, basteln lernen, die Magercap selbst basteln, für alle, die abnehmen wollen, oder, wer von der Uni fliegen will, Aufsatz über, wie steht es um die Toleranz gegenüber der politischen Toleranz, gegenüber den Magerträgern in Deutschland. Es bleibt in jedem Fall spannend. Und, und, und,